sicher ist sicher nur wie sicher ist er sicher dass er sicher ist weil er sicher ist macht das sinn nein ist mir das egal ja 40.000 drin für eine rutsche auf jeden fall könnte ich glaube ich sogar noch eine zweite machen so bitte warten 2700 noch also doch noch mal eine rutsche aber eine rutsche sind ja 12.000 69 also eine geht da noch eine geht noch eine muss noch sein so somit habe ich nur noch für einen block die schmiede ist endlich mal weitestgehend leer bis auf das aluminium das da drin ist ganz ehrlich das kann auch da drin bleiben dafür habe ich sonst keine verwendung ich muss ja daraus halt meistens sehen wie die teile schmelzen und so ja ob wir wachen einfach schöner sind aber denkt an den goldbaum ja zoom trademarks stress mal nicht ja so das ist das dann hier lied gedöns das ist halt das ganze pulverzeug mal hinkommen wo es hin soll dann können wir die kapazitäten eigentlich noch mal erhöhen bald weil dann können wir die kapazitäten eigentlich noch mal erhöhen bald weil obwohl 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 ne muss nicht unbedingt ok dann habe ich nichts gesagt ok dann können wir uns jetzt darum dass wir aus dem lapis zeug da hinten mal ein paar upgrades kriegen damit dann wiederum die waschanlage schneller läuft teure treue waschanlage so so ähm tin plate warum warum ist das jetzt nicht hier drin das finde ich auch nicht so toll muss ich ehrlich sagen das finde ich nicht so toll ich dachte tut mal was man ihm sagt kann ja es sein dass ich den nicht eingestellt habe äh hm hm jetzt ist er eingestellt so daraus stellen wir jetzt die idee upgrades her das heißt wir brauchen jetzt die dinge wieder ich weiß gar nicht ob ich dafür überhaupt kabel habe äh ja ein bisschen viele sind aber nicht und und gummi gruba bisschen immerhin immer ein bisschen ein bisschen ist besser als gar nichts ne so ähm und und brauche ich iron plates und brauche ich iron plates ja jetzt zum glück ein bisschen fünf fünf stück dann weiß noch wie nix ne und und dann brauche ich iron noch weitere kabel und ein bisschen was habe ich ne aber trotzdem Sache ist ja auch dass ähm da hinten die waschanlage ist ja glaube ich angeschlossen an an solarpanels das heißt die läuft nicht mal mit richtig ne gar nicht wahr die waschanlage ist richtig angeschlossen ja ein bisschen habe ich denn ich hatte ja grad irgendwie im kopf das halt da hinten das lapis lasst du die apfel gerät du 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 brat gerät ähm ja halt das ist was ähm aber ne ähm ich weiß nicht das ist ein trench ich weiß nicht was trench das ding ne IC2 nicht Tretab nicht trench wie komm ich auf trench ich hab keine ahnung Tretab hab ich nicht und dann brauche ich halt so ein bisschen holz mit dem so ein bisschen holz geh ich jetzt dahin wo ich meine bestimmungen finden werde in den Gummibaumwald mit so ein kleines überschaubartiges weltchen hier ne ist halt so und dann brauche ich mal einen Bogen damit ich den hier machen kann und nicht jedem kleinen Scheiß hier hinterher laufen muss das das muss noch nicht sein so da ist noch was ich krieg den hier ne noch leer hoffe ich da ist was aber man kann ihn noch aber wächst doch bestimmt gleich hier irgendwas nach hallo es wächst doch bestimmt jetzt gleich irgendwo irgendwas nach die Bäume schon am Überlaufen ok dann drück ich einfach mal hier rechts Mist mhm jetzt ist das Ding kaputt gegangen wie konnte das noch passieren ich wollte das Ding jetzt nicht auf dem Weg einmal anditschen ne wirklich nicht ne wirklich nicht jetzt haben wir das fertig ne nicht wirklich ach guck mal da haben wir sogar noch was das ist ja toll ah ähm trotzdem kommt die hier mal drauf und dann mal eben schnell hier den Rest und was hapert es jetzt an einer Zinnplatte ne top ne armeerin das ist doch doof das ist doof das ist doof das ist doof das ist doch doof 666 die teuflische Zahl wir brauchen 4 4 8 9 4 Und das Ding powert und powert und powert und powert. Das ist doch auch alles an Eisenerzen mal endlich durch, ne? Ne, da ist sogar noch was, okay. Vielleicht irgendwie nachgeliefert oder so, keine Ahnung, fragt mich. Und dahin die QWD ist ja auch am Durchrattern. Guck mal, wir haben auch nur noch 380.000 statt 400.000. Also ein bisschen Verbraucher ist definitiv zu erkennen. Also nicht nur ein bisschen. Wie gesagt, durch Nomoria will ich halt auch durchfegen, ne? Warte, ganz kurz. Es geht schneller. Hätte ich auch meine Upgrades verwenden können, die ich jetzt gerade habe, ne? Aber nein. So. Ähm. Jetzt habe ich eigentlich auch mehr wiederhergestellt, als ich eigentlich brauche, weil... Da kriege ich doch immer 2 raus. Hm. Oh, ich bin so ein Talent. Moment. Jawohl. Es geht eigentlich schon ziemlich genau so auf, wie wir es vorgestellt habe. Okay. Also habe ich doch richtig gerechnet. Pss. Ich bin verblüfft, dass ich mal irgendwas richtig mache. Also wirklich. So. Das kommt jetzt hin auf die Waschmaschine drauf. Waschmaschine. Leben länger mit... Ähm. Item Upgrade. Geschwindigkeitsgedöns. Ja, das ist die offizielle Werbung dafür. Okay. Ja, das ist doch jetzt mal eine Geschwindigkeit. Man könnte es halt sogar noch mehr erhöhen. Mal... Und das Wasser kommt mal nachgrutsch. Wow. Wow. Das Ding hat zu tun. So. Okay. Es läuft. Nicht davon. Ab hier. Es läuft. Ist doch schön. Ja, das Ding hat halt ständig dann dadurch auch zu tun. Auch wenn wirklich nur für ein 40 im Moment. Da könnte man jetzt natürlich halt überlegen. Macht man das einfach langsamer. Und dann gibt es dann eher, äh, der Waschmaschine. Wir Waschmaschinen leben länger mit... Altem Gedöns auf Rates des Todes. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.